Hallo bei ProKlimaTV. Die Intello ist die einzige feuchte Variable Dampfbremse mit bauaufsichtlicher Zulassung in Deutschland. Die einzige und die erste. Und sie ist ziemlich beliebt. Und ich frage jetzt mal Architekten Giuseppe Debole. Ihr setzt die auch oft ein, eigentlich fast immer. Warum eigentlich? Die Intello gibt uns die Sicherheit, durch diese feuchte Variable, da auch keine Bauschäden einzubauen in die Gebäude an sich. Und da gibt es für uns persönlich eigentlich auch keine andere Wahl. Und sie ist ja auch Passivhaus zertifiziert. Ist das wichtig für euch? Im Grunde genommen schon natürlich. Es gibt wenige Produkte, sehr wenige Produkte, die dafür auch geeignet sind für ein Passivhaus. Und Intello, die auch durch diese Zertifizierung, ja. Aber dadurch auch, dass wir sie schon ewig kennen, gibt uns da wirklich einfach den besten Background. Über die Technik-Hotline kriegen wir da natürlich auch sehr viel Input. Und das hilft uns allgemein einfach jedes Mal, wenn wir da irgendeinen Passivhaus planen. Okay, dann vielen Dank. Und wenn Sie mehr über die Intello wissen wollen, schauen Sie auf die ProKlima-Seite. Wenn Sie mehr über Giuseppe Debole und sein Team wissen wollen, schauen Sie auf r-m-p.de. Vielen Dank.